UAS 7 ist ein Zusammenschluss von sieben forschungsorientierten deutschen Fachhochschulen mit starker internationaler Ausrichtung. Die sieben Hochschulen verfahren nach dem Grundsatz Gemeinsam sind wir stärker und bilden somit eine strategische Allianz. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist einer von sieben guten Gründen, warum Sie sich um eine Professur an einer UAS 7 Hochschule bewerben sollten, zum Beispiel in München. Die bayerische Landeshauptstadt ist nicht nur in der Kultur und Wirtschaft, sondern unter anderem durch die Hochschule für angewandte Wissenschaften München auch in Wissenschaft, Forschung und Lehre gut aufgestellt. Seit 1999 hat Claudia Eckstaller, Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Personalwirtschaft ihren Traumjob gefunden. Sie lobt an der UAS 7 Hochschule besonders die familienfreundlichen Arbeitsbedingungen. Als Mutter von zwei Kindern schätze ich an meinem Job die zeitlichen und räumlichen Flexibilitäten. Zum Beispiel bin ich an der Hochschule für Vorlesungen, Sitzungen, Sprechstunden und meine Korrekturen und die Vorbereitungen für meine Vorlesungen kann ich auch zu Hause machen, am Wochenende oder am Abend, wenn die Kinder im Bett sind. Die Hochschule München ist darüber hinaus natürlich eine besonders familienfreundliche Hochschule, wie man zum Beispiel an unseren Kindertagesstätten sieht. Die sind für unsere Mitarbeiterinnen, aber auch für unsere Studierenden offen und dort können Kinder betreut werden, während die Studierenden studieren und die Professorinnen und Professoren ihre Vorlesungen halten. Solche Möglichkeiten haben wir beispielsweise auch direkt im Haus mit unseren Elternkindzimmer. Dort können Studierende mit ihren Kindern zusammen lernen oder sich auch Studentengruppen treffen und austauschen und sie wissen immer, wo sich ihre Kleinen gerade aufhalten. Außerdem bietet die Hochschule München noch einen ganz besonderen Service, nämlich einen Dual Career Service. Da können sie zusammen mit ihrem Partner nach München kommen und die Hochschule hilft dabei, für ihren Partner einen attraktiven Arbeitsplatz zu finden. Was mir an meinem Beruf besonders gut gefällt, sind die Freiheiten in der Lehre und in der Forschung, neue Themengebiete zusammen mit den Studierenden zu erschließen und auch weiterzuentwickeln, das Wissen weiterzugeben. Im Zweifelsfalle ein Leben lang in der Weiterbildung mit unseren Studierenden. An UAS 7 Hochschulen sind ihre Arbeitszeiten flexibel. Die Hochschulen bieten umfangreiche Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder helfen ihnen gern bei der Suche nach einer geeigneten Einrichtung. Fast alle UAS 7 Hochschulen sind als familiengerechte Hochschule zertifiziert. UAS 7 kann Ihnen viel bieten.